Jimmy hat eine Vorliebe für sein Leibgericht, als wäre er das nicht, sicher. Aber bei Jimmy ist das ein bisschen was anderes. Es ist also so, dass das ein ganz ungewöhnliches Leibgericht hat, das aber nicht so ohne weiteres zu bekommen ist. Aber ich sagte zu ihm, Jimmy, sagte ich zu ihm, Jimmy, komm, komm, Jimmy, wir. Jimmy, komm, wir fressen eine Leiche, Jimmy, komm, ins Leichenhaus, Jimmy, komm, die Knochen sind schon weicher, Jimmy, komm, zum Leichenschmaus, Siehst du dort das riesige Gebäude? Ach, Jimmy, komm, da sind sie drin. Jimmy, sag, empfindest du nicht Freude? Ach, Jimmy, komm, wir laufen schnell. Jimmy, sag mir, welche willst du haben? Oh, Jimmy, komm, du hast die Wahl. Du kannst später dann an ihr dich labeln, als Jimmy wäre, die Wahl hat, hat die Quatsch. Drum, Jimmy, komm, wir fressen eine Leiche, ah, Jimmy, komm, ins Leichenhaus, Jimmy, komm, die Knochen sind schon weicher, Quatsch, Quatsch, Jimmy, komm, zum Leichenschmaus. Hubert. Blah, 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 blah.